Hey liebe Disney-Locana-Freunde da draußen, heute öffnen wir ein paar angekündigte Booster. Ich habe glaube ich 11 Stück an der Zahl, ich habe schon ein paar mit meiner Freundin geöffnet, andererseits habe ich auch schon ein paar Shorts aufgenommen und jetzt gehen wir einfach mal rein in die restlichen Booster dieses Displays und schauen, ob wir vielleicht irgendeinen großen Hit bzw. ein paar Verbesserungen für unser Deck herausbringen. Die zwei Starter-Decks werde ich mir auf jeden Fall nochmal in einem Folgevideo angucken, mit den Karten, die ich jetzt hier rausziehen werde, werde ich sie dementsprechend verbessern, um euch da einfach vielleicht einen Starter für die Einsteiger mitgeben zu können. Okay, wir haben einen Daisy Duck, wir haben einen Li Shang, Zauberbesen. Ich möchte unbedingt ein Zauberbesen-Deck spielen, nur leider habe ich das Gefühl, dass sie nicht so ganz funktionieren werden. Diablo, auch eine sehr gute Karte, ich glaube er in dieser Rare-Form, bzw. wie heißt das nochmal, Super-Rare, ist die mit einer der besten Karten, die man hier rausziehen könnte. Wir haben, ich weiß was geschieht, Aladin und wir kommen schon zu den Ancams mit Pegasus. Wir haben Felix, Madrigal, vielleicht ein Upgrade für unser Deck. Wir haben Beast und unsere Rare ist Triton, anspruchsvoller König. Für 3-3-3 in die Tiefen schicken, verbanne einen deiner Gegenstände, sammle drei Legenden. Uh, not bad. Nochmal eine Rare, kaiserliche Bekanntmachung. Für eins haben wir Ruf an die Front. Jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere einen anderen Charakter herausfordert, zahlst du ein Ink weniger für den nächsten Charakter, den du in diesem Zug ausspielst. Und unsere Foil ist eine ankommen, und zwar Mac. Und dann haben wir noch ein Teil von Ursula. Ich habe inzwischen das Ursula-Poster komplett. Ich finde das eine ganz nette Sache, wenn sie schon nichts Neues haben, was sie hier hinten mit dran packen können, außer diesem Ding hier, diesem QR-Code, dann so ein schönes Outwork noch mit dazu packen. Finde ich immer eine ganz nette Sache. So, nächstes Booster-Paketchen. Ich muss ja schon sagen, in einer gewissen Hinsicht hat mich meine Freundin jetzt hier auch schon ein bisschen beneidet, dass ich jetzt mit euch nochmal ein paar mehr Booster aufmachen kann. Beim zweiten Display, wer wird sie vielleicht dabei sein, wenn ich da noch mehr aufmachen sollte? Wir haben Mulan, wir hatten Max gerade eben, ich weiß nicht, woher Max ist. Casa Madrigal, auch einer der Orte, die wir in unserem Starter-Deck mit drin haben. Den Trankbrauen. Wir haben Wintercamp. Für drei Ink haben wir hier mit einer Ressource können wir Einheiten, beziehungsweise Charaktere hier rüberziehen. Argus, der Zyklop. Wir haben Mickey Maus. Das ist eine dieser Karten, die ich so lala finde, auch tatsächlich in dem Starter, wo er mit drin ist. Abschaum und Meerschaum. Wir haben Ling. Und unsere Rare ist als König geboren. Für vier haben wir hier ein Lead. Alle gegnerischen Mitspielenden wählen je eine ihrer Charaktere und verbannen ihn. Das ist eine ziemlich coole Sache. Weitere Rare leider nur. John Silver. Für 8. 8,8. Vanilla. Oh mein Gott. Aber er tappt für drei Legenden. Und wir haben eine Common als Foil, wo der Foil-Effekt tatsächlich sehr, sehr düster ist, muss man einfach mal sagen. Okay, nächstes Booster hoffentlich. Ich möchte heute, also mindestens eine richtig gute Karte möchte ich noch ziehen. Es muss jetzt nicht unbedingt hier ein Ding sein, Enchanted oder sowas, aber zumindest mal irgendwie sowas wie eine Legendary oder sowas würde ich schon gerne mal an den Start bekommen. Wir haben hier erste Hilfe. Fazu. Luisa. Madrigal. Wir haben Pegasus. Das ist ein cooles Pegasus-Artwork tatsächlich. Sehr cute. Olaf. Wenigstens ist er ein bisschen besser, Olaf, als der damalige Olaf, den es immer gab. Wir haben Yau. Schwefel. Ganz coole, interessante Sache hier beim Outlook von Schwefel und Pech. Sieht man immer den jeweils anderen noch so zum Teil im Bild. Was ich ganz nett finde. Nochmal Mulan. Wir haben Olaf. Nochmals. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was Besonderes ist. Ich glaube, es ist diese alternative Variante, die wir da schon haben. Ist es der Karottenliebhabe trotzdem? Ne, das sind zwei unterschiedliche. Weil ich habe mich nämlich schon gewundert, was dieses Verschwommene, nennt man das so, so ein bisschen dieses Blau-Verwischt hier mit drin ist. Aber es sind zwei unterschiedliche. Olaf, der eine kostet eins, der andere kostet drei. Ist egal, wir kommen jetzt zu den Rares. Was haben wir das größere? Das ist ein Hit, wieder nur ein Rare, leider. Pippa, Madrigal. Und da kommt, oh, es ist Cinderella. Yes. Okay, Cinderella ist ein Hit, hätte ich mal gesagt. Wir haben fünf, vier, eins, fünf. Mit Singen, neun. Also, insane kann sie einfach singen. Mit der wunderschönen Stimme. Jedes Mal, wenn dieser Charakter ein Lied singt, erhalten deine anderen Prinzessinnen in diesem Zug plus eine Legende. Das ist eine super coole Sache, um eine Prinzessinnen-Engine zu bauen. Und ich finde, Cinderella ist halt, das ist halt einfach eine der Charaktere, mit denen ich auch aufgewachsen bin. Und wir haben wieder hier Prinz Erik als Vollvariante und einen Ursula-Teil. Das war einer der ersten großen Legendary Hits, hätte ich mal gesagt. Damit kann man definitiv schon mal was anfangen. Ich bin mal so gespannt, hey, also, wie viele Legendaries wir hier noch rausziehen werden. Die gute Maribel Madrigal, auch eine der Karten, die, glaube ich, im Deck mit, im Starterdeck mit drin war. Schlägerei für Dreying. Wir haben arme Seelen in Not. Pegasus nochmals. Das Wintercamp. Arladin. Giulietta Madrigal, finde ich auch, ist auch eine dieser Karten, wo man häufiger im Madrigal-Deck spielen sollte. Magisches Dienstmädchen. Du bist einfach kein Besen. Du bist ein Staubwedel. Könnte man dich in einem Besen-Deck spielen? Ich weiß es nicht. Lawine. Wir haben LeFou. Ich weiß nicht mal, woher LeFou ist, aber ich würde mal schätzen. Woher kommt LeFou? Der beeinflussende Lakai. Ich habe keine Ahnung. Und wir haben... Uh, Raya. Das ist die gute Raya. Für 7 haben wir hier 3, 6 mit der Herausforderung. Plus 2, Robust plus 2 und du hast dein Bestes getan. Jedes Mal, wenn dieser Charakter in deinem Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verband, darfst du eine Karte ziehen. Das ist eine ziemlich coole Karte, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob sie nicht ein bisschen zu teuer ist, aber ich glaube, in Kombination mit Ramp, wie wir es hier zum Beispiel in Saphir-Decks oder sowas haben, könnte sie wirklich nice sein. Und wir haben noch einen Aladin in voll und noch wieder das übliche Ursula-Teil. Los geht's mit einer anderen Ursula. Wir haben hier für 2 die Unverwandelte. Wie heißt sie denn hier? Sie heißt einfach Vanessa. Heißt sie wirklich Vanessa Ursula? Vitalisphäre. Rosenlaterne. Haben wir jetzt hier die ganzen Steine mit drin, oder was? Versteckte Grotte. Wir haben nochmal den Olaf. Mickey Mouse. Tod dem Biest. Gewicht der Medaillen. Der Fabius. Ach, der gute Fabius. Unsere Rare mit Alma Madrigal. Ist sie in dem Starter-Deck mit drin? Setzt euch bitte. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du dein Deck nach einem Madrigal durchsuchen und diesen allen Mitspielern zeigen. Mische danach dein Deck und lege sie, die gewählte Karte, als oberste Karte auf dein Deck. Ha. Singkardra. Oh, wir haben Hera. 313 mit Behütet und Schützende Göttin. Deine Zeus-Karten erhalten Behütet und du bist ein wahrer Held. Bitte deine Herkules-Charaktere erhalten wendig. Uh. Könnte ganz nett sein, wenn wir irgendwie so einen Götter-Herkules-Mischdeck haben. Funktioniert sowas? I don't know. Und ein Zauberbesen voll. Okay, Leute. Ich zeig's euch. Das Zauberbesen-Deck. Es kommt. Ich werde ein Video darüber machen. Irgendwann wird es kommen. Bin's schon sehr gespannt drauf. Zack. Wir haben Stitch. Mulan. Dolores Madrigal. Den Trankenbrauen erneut. Pascal aus Rapunzel. Lasse dein Haar unter. Biest. Unterschriebener Vertrag. Nochmal ein Biest. Triton. Aber der junge Triton. Wir haben zum Quietsche-Entchen eine Location, ein Ort mit zwei, um hier was hinzuziehen. Jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere diesen Ort mit drei oder mehr Power einen anderen Charakter herausfordert, sammelst du eine Legende. Wenn der herausfordernde Charakter sechs oder mehr Attack hat, sammelst du stattdessen drei Legende. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, da ist Anna Nummer zwei. Sehr schön. Diese Karte benötige ich, um meinen Starter-Deck noch deutlich mehr zu verbessern. Ich denke, dass so eine Helden-Engine wirklich cool ist und dass sie halt mit einer der Keykarten für Helden-Engines ist. Und wir haben... Oh, das ist eine Rare. Das ist eine voll Rare für Zehling. Der kleine Stern, Naseweiß. Gemeinsam singen. Das heißt also, wir können hier viele verschiedene Charaktere als Teammitglieder für diesen Gesang hier tappen, um dieses Lied hier kostenlos zu singen. Eine Person deiner Wahl zieht fünf Karten. Wow. Okay, fünf Karten? Ich meine, hey, darüber kann man sich definitiv nicht beschweren. Darüber kann man sich doch definitiv nicht beschweren. So, wir haben hier von Unruh. Li Shang. Zauberbesen. Verborgene Tintenformer. Hans. Der Halunke. Mickey Mouse. Shifu. Khan. Oh, das ist das Streitroß von Mulan gewesen, gell? Du musst nur tiefer graben. Und ist das eine Rare? Das ist eine Rare. Wir haben die Mauer. Ist das die Mauer aus Robin Hood oder ist das die Mauer aus Mulan? Ich würde mal sagen, aus Mulan mit den ganzen roten Fahnen. Das Reichschützen. Solange du mindestens einen erschöpften Charakter an diesem Ort hast, können deine anderen Orte nicht herausgefordert werden. Oh, okay. Das ist tatsächlich nicht schlecht, um die Orte so ein bisschen zu beschützen. Und uh, das ist einfach. Das ist meine dritte Madrigal. Also meine dritte Maribel Madrigal. Ich habe sie einmal in Foil aus dem Start. Ich habe sie einmal voll gezogen mit meiner Freundin zusammen. Und jetzt haben wir sie noch einmal in komplett clean und normal. Und hinten dran haben wir noch mal eine Rare. Nur kein Wort. Oh mein Gott, das ist die Bruno-Karte. Ist sie nicht auch in dem Starterdeck mit drin? Ich weiß es nicht. Für fünf haben wir hier. Du kannst dieses Lied singen. Schicke einen Charakter deiner Wahl auf die zugehörige Hand zurück. Danach muss die Person eine zufällige ausgewählte Karte von ihrer Hand abwerfen. Oh, und da guckt sie uns direkt ins Gesicht. Ganz frech guckt sie uns da ins Gesicht. Die gute Ursula. So, nächstes Pack. Wir haben wieder eine Maribel Madrigal. Nur nicht ein Rare. Vitalsphäre. Mit Schwung in die Aktion. Ausweichen. Da geht Donald aber hier richtig schön ab zum Ball. Wir haben Aurora. Zauberbesen. Hey, hey. Hi, hi. Wie auch immer. Nessus. Wer ist denn Nessus? Irgendein Schurke auf jeden Fall. Iduna. Eisfläche. Eine Rare für drei. Eisige Verteidigung. Jedes Mal, wenn du einen Charakter ausspielst, erhält er bis zu Beginn. Deinem nächsten Zug ist Robust plus eins. Okay, er bekommt Robust plus eins. Das ist eine ganz nette Karte, um auch weiterhin die ganzen etwas dickeren Charaktere zu unterstützen. Die, die so diesen Taunt-Effekt mit drauf haben, also die man angreifen muss. Wir haben Sifu. Für drei, eins, vier Energiewelle. Dieser Charakter erhält plus eins Power für jede Karte auf deiner Hand aller gegnerischen Mitspieler. Oh, wow. Wenn wir da jetzt im Multiplayer spielen, dann könnte sie halt richtig, richtig dick werden. Holy. Was haben wir hier noch mit dran? Einmal Theben in Fall. Können wir auch in unser Starter Deck mit reinpacken. Da haben wir dann dementsprechend auch ein Theben mit am Start. Wir haben den Schallplattenspieler hier. Benja. Luisa Madrigal. Jack. Der gute Jack. Kletterliebhaber. Verwandelter Küchenchef. Das ist so eine Karte, da frage ich mich echt. Also, ja, er ist auch in diesem Starter Deck mit drin. Und ich finde, er ist so ein bisschen Zolala da drin. Tret uns Erlass. Für eins. Verlassen im Wald. Wir haben Antonio Madrigal. Wir haben Ja, ich trete es klein. Nochmal ein Lied. Wir haben eine Rare mit... Oh, der kleine Stern Nase. Weil das haben wir schon gezogen. Macht diesen mit diesem gemeinsamen Sing für 10. Und dann haben wir fünf Karten, die wir ziehen können. Und als letztes haben wir noch eine Rare. Ariels Grotte. Geheimer Ort. Zwei mit Schatzkammer. Solange du mindestens drei Gegenstände im Spiel hast, erhält dieser Ort plus zwei Legenden. Uh, das ist tatsächlich ziemlich nice. Spielt man Ariel also jetzt doch irgendwie auf Schätze? Auf Artefakte oder sowas in die Richtung? Auf Gegenstände? Müsste man einfach mal gucken. Und was haben wir noch als letztes? Unser Foil ist... Oh, es ist Sisu, es ist Sisu in Foil. Oh. Wir haben einfach eine Enchanted gezogen. Holy... Okay, die sieht halt richtig gut aus. Holy shit. Okay, damit habe ich halt einfach mal gar nicht gerechnet. Wisst ihr, Leute, das ist... Das ist einfach so eine Sache. Ich habe mir... Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf oder ob ich das... Das Video ist noch gar nicht rausgekommen eigentlich. Ich habe mir damals, habe ich mir ein Display gekauft vom letzten Set, als mir Ravensburger auch die anderen zwei Starterdecks geschickt hat. Und habe dieses eine Display, ich habe ein Display gekauft und habe eine Malefiz rausgezogen. Auch in diesem Verzauber, auch in diesem Enchanted Artwork. Die habe ich dann wieder verkauft und wollte mir davon nochmal mehr Displays kaufen. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe gedacht, ich warte vielleicht auf das nächste Set, um mir hier nochmal was Cooleres zu kaufen. Und tatsächlich habe ich dieses Geld genutzt, das ich damit bekommen habe. Das waren knapp 100 Euro, die ich da rausgezogen habe mit dem Malefiz. Und haben mir dann schlussendlich hier dieses Display davon gekauft. Und ich sehe einfach die nächste Enchanted aus dem Display. Ich finde, es ist so schwierig, wenn du wirklich nur ein einzelnes Ding kaufen wirst. Wenn du wirklich nur weißt, okay, du kaufst dir eigentlich, willst du nicht mehr kaufen, sondern einfach nur gehst für ein Display und sagst, hey, machst ein bisschen Content darüber. Vielleicht hast du ja einen Lucky Pick oder sonst irgendwie was. Und dann ziehst du einfach sowas. Das ist halt absolut insane, Leute. Das ist wirklich absolut insane. Was für ein Hit, sage ich euch. So, nächstes Booster. Das war halt... Oh, da wird nachher jemand sauer sein. Ich kann es euch jetzt schon sagen, Leute. Wir haben wieder Augustin Mandrigal am Start. Die Titanen... Äh, die... Quatsch, Titanen Trainings. Das Trainingsgelände. Gott im Himmel. Ich kann schon nicht mehr lesen vor lauter Enchanted, die ich hier jetzt gerade vor den Augen habe. Die Schicksalsgöttinnen. Wir haben Pascal. Wir haben Micky Maus. Wir haben Unterschrieb, die Rolle. Wir haben Camillo, Madrigal, Mulan. Ariel. Die singende Ariel. Sehr coole Sache. Wir wollen ja immer noch ein singendes Ariel-Degg basteln. Wir haben hier Ursulas Versteck. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Glitschige Hallen. Jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere an diesem Ort durch eine Herausforderung verbannt wird, darfst du ihn zurück in deine Hand nehmen. Das ist nicht schlecht. Ursula-Charaktere an diesem Ort erhalte bloß eine Legende. Und zum Abschluss. Oh, nur der verborgene Tintenformer. Ich habe schon gehofft, vielleicht ziehen wir das. Ist es überhaupt möglich, Leute? Hatte jemand ohne Spaß jetzt schon mal das Glück, dass er zwei Enchanted aus einem Display ziehen konnte? Ist es überhaupt möglich? Ich behaupte einfach mal ganz frech. Nein, ich denke nicht, dass es möglich ist. Wir haben Prinz Erik. Pegasus. Belle. Carly. Eisklotz. Mickey von Maus. Aladdin. Herkules. Skaddle. Oh, wie sieht sie denn aus? Ariel. Für Sex. Haben wir auch noch nicht gesehen. Behütet. Und die, die schon alles hat. Wenn du mehr Gegenstände als jede gegnerische Person im Spiel hast, erhält diese Charakter. Plus zwei Legende. Oh mein Gott, sie hat dann fünf Licken. Das ist nicht schlecht. Die Schatzhandlerin. Komm schon. Yes, Leute, yes. Da ist nochmal eine legendäre Karte mit am Start für 626. Die gute Mulan mit Gestaltenwandler. Fünf. Wir können fünf zahlen, um diesen Charakter auf einen anderen Mulan schon mal drauf zu legen. Und wir haben Scharfschützin. Falls du ein Gestaltmantel benutzt hast, um diesen Charakter auszuspielen, erhalte in diesem Zug plus drei Attack. Und wir haben den Dreifachschuss. Jedes Mal, wenn dieser Charakter in deinem Zug durch eine Herausforderung einen anderen Gegner Schaden zufügt, fügt bis zu zwei anderen Charaktere deiner Wahl genauso viel Schaden. Sie hat also einen Cleave-Effekt auf sich drauf, was sie sehr, sehr gut macht. Und das letzte Karte haben wir noch. Einen Foil Hans. Oh mein Gott, das war trotzdem. Leute, ich sag's euch. Das war ein Opening. Wir haben jetzt zwei Legendaries noch rausgezogen. Ich hab die jetzt leider hier so richtig dumm einfach nur auf einen Häufchen erstmal rausgelegt. Aber dafür diese zwei hier schon mal rausgesät. Guckt sie euch einfach an, Leute. Dieses Sifu. Holy. Also ich bin immer noch absolut überrascht, dass ich sowas gezogen habe. Damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Das ist ein Banger, Leute. Das ist wirklich ein richtiger Banger. Und damit bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt was schön, wenn sie die Kommentare vergesst nicht zu abonnieren. Für mehr Karten-Content. Und und rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.